Rola Pichl, ich bin hier bei unserer Küche in der Benekubilla. Ich bin jetzt hier mal Wasserkocher, jetzt habe ich gerade heißes Wasser gemacht, also kochen es. Jetzt gehe ich mal hier raus im Garten, weil wir hatten gestern ein Problem mit den Wespen aus der Erde. Die haben mein Bruder und die Tochter gestochen. Die haben jetzt krank, weil der Kreiser schon da ist. Die Scheißviecher sind nicht dermaßen. Aggressive Dreckscheide, die sind hier. Jetzt schauen wir, was da passiert, wenn wir da Wasser rein, vielleicht gehen wir weg. Achtung, schau mal her. Hä? Achtung, fertig. Was? Also, es dampft raus. Aber, es ist es keine gekommen. Keine Abwehrmaschine. Abwehrmaschine. Nö, vielleicht hat es geholfen. Na hinein. Du hast ihn Laurier American.